Huiiii! Juhu! Ich bin eure Leonora Spots und ich habe was Neues für euch. Spots, sausendes Spezialblatt. Hier erfahrt ihr alles über die magische und auch die nicht magische Welt. Zum Beispiel der beste Eisladen in London und sein bezaubernder Besitzer. Tipps und Tricks gegen schlafgestörte Schildkröten. Und alles über das Team von Mo Entertainment. Also, sichert euch Spots, sausendes Spezialblatt. Jeden zweiten Monat. Für alle Patreons ab 5 Galle... äh, Euro. Kommt direkt mit der Eule zu euch nach Hause.